Hallo YouTube und willkommen zu unserem monatlichen Ausblick. Was können wir im August und darüber hinaus in Microsoft 365 erwarten? Ich habe dieses Mal wieder einiges an Neuerungen rausgesucht, nachdem der letzte Monat nicht so üppig war. Deswegen lasst uns einmal loslegen. Es gibt einiges zu begutachten. Wir fangen als erstes einmal an, dass wir zukünftig in der Profilkarte von Microsoft 365 wichtige Dokumentenaktualisierung sehen können. Und diese werden hervorgehoben. Klingt auf den ersten Blick sehr interessant. Allerdings ist dieses Design etwas gewöhnungsbedürftig. Aber lasst uns mal schauen, wenn das wirklich im August released wird, wie das Ganze dann harmoniert, funktioniert, ineinander einfließt. Ich bin ein wenig skeptisch, aber die Idee, die Funktion an sich, die sich dahinter verbirgt, direkt über diese Aktualisierung informiert zu werden, und diese hervorzuheben in der Profilkarte klingt sehr interessant und vielversprechend. Die zweite Neuerung ist im Bereich von Microsoft Edge, ist bei mir schon verfügbar. Deswegen springen wir einmal direkt in die Live-Demo. Denn hier haben wir folgendes erhalten. Wichtig ist, wenn ihr den Edge-Browser nutzt. Ich bin jetzt hier mit meinem geschäftlichen Konto angemeldet. Dieses geschäftliche Konto hat auch Zugriff auf das Azure AD. Das muss auf jeden Fall gegeben sein, sonst wird das nicht funktionieren. Hier oben links haben wir jetzt ein Arbeitsbereich. Wenn ich jetzt hier draufgehe, habe ich mir schon zwei Arbeitsbereiche angelegt. Wir können auch noch weitere hinzufügen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt einfach mal dieses Allgemeine öffne. Ich habe im Vorfeld hinterlegt zwei Seiten. Einmal Amazon, damit man während der Arbeit schön shoppen kann. Und einmal Wetter.de, damit man natürlich auch schauen kann, wie das Wetter ist. Nicht so pralle. Bei uns in Oldenburg zieht jetzt gerade ein Sturm auf. Passt auch. Also diese Dinge könnt ihr euch vorbereiten. Und in eurem Hauptfenster oben links im Arbeitsbereich öffnen. Ich habe was für YouTube, was für Allgemeines. Es ist quasi wie so ein Sammelsorium an Lesezeichen, die ich direkt öffnen kann. Und dann habe ich die entsprechenden Reiter offen. Sehr schöne, coole Funktion. Gefällt mir sehr gut. Nutze ich jetzt seit zwei Tagen. Bin ein großer Freund davon. Und eventuell wird der ein oder andere oder die ein oder andere von euch da draußen auch Freude daran finden. Dann möchte ich euch etwas ankündigen, was uns jetzt noch Minimum ein Jahr begleiten wird. Und zwar Windows Mail und der Kalender, den wir in Windows haben, werden zu Outlook. Das Ganze beginnt jetzt im August. Die Datenmigration startet ab August 2023. Und der Support für Windows Mail und den Windows Kalender, der endet erst Ende nächsten Jahres. Also Ende 2024. Bei mir ist es noch nicht der Fall. Aber vielleicht habt ihr ja das Glück und könnt in eurem Kalender das Ganze hier schon mal aktivieren und euch diese neue Applikation anschauen. Zukünftig wird es dann heißen Outlook for Windows. Sollte das Ganze bei euch schon funktionieren oder auftauchen, wundert euch nicht. Das ist ganz normal für alle diejenigen, die das noch nicht nutzen. Eventuell, wenn das scharf geschaltet wird, ist das vielleicht für die Zukunft etwas, wo wir eventuell mal etwas genauer und tiefer reinschauen sollten, könnten. Denn in Windows Mail war es auch so, dass wir sämtliche Konten einbinden konnten. Auch die privaten. Wenn das damit auch wunderbar funktioniert, wäre das schon ein schicker Vorteil und natürlich auch lizenzfrei das Ganze. Springen wir aber einmal weiter in den Bereich Forms. Denn Forms, ich habe es jetzt hier auch nochmal ein bisschen eindeutiger gekennzeichnet, Forms hat eine neue Live-Präsentationsform. Ich kann innerhalb von Forms präsentieren. Das Ganze sehen wir zum Beispiel auch hier oben links. Hier steht Präsent. Wir können das Ganze schließen und wir haben die Möglichkeit, hier zusätzlich ein QR-Code und auch eine URL zu hinterlegen. Über diesen QR-Code und URL können dann natürlich die Teilnehmer, die in dieser Präsentation dabei sind, sei es jetzt wirklich als Präsenz oder digital, können dann entsprechend direkt auf diese Umfrage springen, dort teilnehmen. Ungünstig ist hier unten dieser Link. Denn sind wir mal ehrlich, R-G-F-K-E-B-A-7... wird niemand eingeben. Also wenn man hier die URL noch ein bisschen anpassen könnte, zum Beispiel Vortrag irgendwas, wäre das natürlich deutlich angenehmer und für die Teilnehmer auch einfacher einzutippen. Aber ansonsten kann man natürlich auch den QR-Code scannen und an dieser Umfrage teilnehmen. Ein schönes Feature, wer Forms häufig nutzt, es auch häufig in Präsentationen oder Vorträgen nutzt, wird sich höchstwahrscheinlich darüber freuen. Dann starten wir mal in die große Welle der Updates, denn Forms bekommt auch im August oder soll im August ein Facelift bekommen. Ihr habt hier nochmal so zwei Screenshots, wie das Ganze zukünftig ausschauen könnte. Falls sich das Ganze bei euch in den nächsten Tagen verändert, wisst ihr ganz genau, wieso, weshalb, warum das passiert ist. Ist also vollkommen normal, dass wir hier auch mal wieder ein Facelift bekommen. Springen wir einmal in den Bereich Outlook und hier haben wir eine sehr schöne Neuerung, auf die ich lange gewartet habe, aber ich habe heute in der Roadmap Folgendes gesehen. Das Ganze funktioniert nur mit einer Microsoft Viva Lizenz. Wenn ihr keine Viva Lizenz habt, könnt ihr auch nicht die Organisation im Outlook for Web öffnen. Das ist nämlich maßgeblich dafür, dass wir dann diese neue Übersicht haben. Kleiner Wermutstropfen und das tut auch schon ziemlich weh, ist dann wirklich diese Microsoft Viva Lizenz, weil die viele von euch nicht haben. Heißt, viele werden dieses neue coole Feature nicht nutzen können. Finde ich sehr, sehr schade und vor allen Dingen auch, dass erst so spät kommuniziert wurde, dass man dafür eine Microsoft Viva Lizenz benötigt. August, September ist der geplante Release. Schauen wir mal, ob das Ganze wirklich so cool ist, wie ich mir das vorstelle. Aber es tut schon ein bisschen weh, diese Lizenz haben zu müssen. Aber gehen wir mal in einen Bereich, der für jeden Outlook-User und Userin interessant sein könnte. In Outlook for Web haben wir neue Einschränkungen. Einschränkung ist ein bisschen falsch ausgedrückt, denn das sind Filtermöglichkeiten. Hier oben wurde nach einem Begriff gesucht. Dazu gab es wenig, ist gar keine Infos. Und was ist jetzt passiert? Hier in dem Bereich haben wir zusätzliche Filterfunktionen bekommen, die wir nutzen können, um unsere Suche nochmal zu präzisieren oder einzuschränken, wenn wir zu viele Suchergebnisse haben. Nette, schöne Anpassungen. Im August soll das Ganze auch live gehen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert und ob wir damit schneller, einfacher und besser unsere Ergebnisse finden können. Dann gehen wir einmal weiter in den Bereich OneDrive. OneDrive, wir sollen im August empfohlene Dateien präsentiert bekommen. Das Ganze soll auf der Startseite passieren. Und das Schöne ist, es sollen hauptsächlich Dateien sein, die vor kurzem bearbeitet wurden, wo wir eine Erwähnung, eine Benachrichtigung bekommen haben. Also wirklich Inhalte, die speziell auf uns gerichtet sind und die vor kurzem bearbeitet wurden. Diese Kombination gefällt mir sehr. Eventuell könnte das dann auch der Spot für die Zukunft sein, wo man eben schnell reingeht und guckt, welche Dateien haben sich denn verändert. Wir müssen aber erst einmal warten, bis das Ganze released wird. Dann wird es ein paar Wochen dauern, bis die KI das Ganze auch soweit angepasst hat. Also direkt zu Release klappt das nie wirklich perfekt. Aber nach einigen Wochen kann man dann abschätzen, ob das Ganze was taugt oder nicht. Und dann springen wir einmal weiter in den nächsten Bereich von Neue Übersicht. Und dieses Mal ist es der SharePoint. Ich habe hier Vorher-Nachher-Bilder. Links ist Vorher, rechts ist Nachher. Ich habe sehr lange gesucht. Aber im Endeffekt kann ich euch sagen, so wie hier, wir haben leichte Krümmungen bekommen. Hier im Original ist das ja sehr eckig. Und hier haben wir eine leichte Abrundung. Das Ganze haben wir nicht nur hier, sondern auch in diesem Web-Part. Die Abrundung ist wirklich minimal. Man muss schon gute Augen haben, um das zu sehen. Hier haben wir auch eine leichte Abrundung. Abrundung zusätzlich, ja, das sehe selbst ich jetzt. Aus Schwarz wird Grau. Und hier in dem Bereich aus dem langen, dicken Balken wird jetzt hier etwas Kleines. Also falls euch das in den nächsten Tagen begegnen sollte. August ist der geplante Release. Das ist vollkommen normal. Aber die Abrundungen hätten ruhig ein bisschen gravierender sein können. Man muss wirklich gute Augen haben, um zu sehen, dass da jetzt eine leichte Abrundung ist. Kommen wir zum zweiten Facelift. Denn vor kurzem habe ich euch gesagt, dass die Erstellung einer Webseite in SharePoint sich ändern wird. Jetzt wird sich das nochmal ändern. Es wird nochmal anders ausschauen. Hier habt ihr die Screenshots, wie das Ganze ausschauen könnte. Interessant finde ich jetzt zum Beispiel hier in dem Bereich, wenn ich mir eine Vorlage auswähle und links dann hier auch die entsprechenden Inhalte, die da mit inbehalten sind, sehen kann. Dort auch schon mal einen Blick reinwerfen kann. Finde ich persönlich sehr cool. Sehr interessant. Aber diese permanenten Anpassungen fast monatlich sind irgendwie ein bisschen zu viele. In letzter Zeit. Aber okay, das könnte etwas werden. Schauen wir mal, wie es dann ausschaut, funktioniert und sich anfühlt, wenn es released wird. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Ankündigung für heute. Und zwar, hierzu gibt es kein Screenshot oder irgendwas. Aber ich wollte es euch dennoch mit an die Hand geben. Der Webpart Twitter wird eingestellt, weil Twitter neue Nutzungsbestimmungen hat. Und die möchte Microsoft nicht umsetzen, beziehungsweise kann ich umsetzen. Gründe kennen wir nicht. Deswegen wird dieser Webpart Mitte September eingestellt. Falls ihr den Twitter Webpart nutzt, es gibt keine Microsoft-Lösung, die das Ganze ersetzt. Wenn ihr das weiterhin nutzen möchtet und auch mit den Nutzerbestimmungen einverstanden seid, damit leben könnt, dann müsst ihr euch selbst etwas basteln. Aber von Microsoft wird es keine unterstützte Lösung mehr geben, um das Ganze schnell, einfach und unkompliziert in SharePoint abzubilden. Damit wären wir jetzt auch für diesen Monat durch. Es sind interessante Neuerungen dabei. Es sind coole Neuerungen dabei. Es sind welche dabei. Naja, da muss man schauen. Aber ich hoffe, für euch war das ein oder andere dabei. Ich hoffe, eventuell habe ich euch auch nochmal zu eurer Wunschfunktion, die ihr sehnlichst erwartet habt, nochmal die ein oder andere Info oder den ein oder anderen Release-Zeitpunkt mitgeben können. Und wenn dem so ist, hören und sehen wir uns wieder beim nächsten Update im nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal.